Du stellst dir die Frage, ey jetzt mal ohne Spaß, wie ist das denn eigentlich Abitur zu schreiben, wie läuft denn diese Abiturphase wirklich ab, worauf muss ich achten, was sind Dinge, die ich vielleicht jetzt noch nicht kommen sehe und dann bekommst du jetzt in diesem Video alle Antworten. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturstil. Und man sagt immer, der beste Weg sozusagen, wenn es darauf ankommt, wirklich auch das rauszubekommen, was man haben möchte, ist im Vorhinein schon zu wissen, worauf es denn wirklich ankommt. Und genau das werden wir durch dieses Video schaffen, denn ich werde heute einfach mal meine Abiturerfahrungen zeigen. Ich habe in Bayern Abitur gemacht, ich werde euch einfach mal erzählen, wie es für mich so war, einfach ein bisschen Storytime-mäßig euch erzählen, weil ich glaube, das ist super wertvoll für euch. Im Vorhinein schon zu wissen, wie ist das so, wie fühlt sich das an, worauf muss ich so achten und solche Dinge einfach, weil ich wünschte, ich hätte das damals machen können. Ich kannte niemanden, der schon Abi gemacht hatte, ich bin älterer Bruder, ich habe einen jüngeren Bruder, das heißt, von dem konnte ich auch nichts lernen, weil meine Eltern lag schon 20, 30, was weiß ich, Jahre zurück. Das heißt, auf deren Erzählungen konnte ich auch nicht mehr so wirklich verlassen und deswegen möchte ich einfach euch das jetzt bieten, damit ihr einfach besser vorbereitet seid. Und zwar, für mich war Abitur erstmal super unklar. Ich meine, so wenn du halt am Anfang, ihr kennt es gerade selbst, du weißt ja nicht genau, was auf dich zukommt. So, theoretisch weißt du, was auf dich zukommt, aber eigentlich weißt du es auch überhaupt nicht. Und ich muss wirklich sagen, so sehr das am Anfang so eine unklare Sache ist, wo du denkst, wie so eine Wolke, du weißt nicht genau, was drin steckt, ist es dann in dem Moment, wo es passiert. Ja, du bist natürlich am Abend vor der ersten Abiturprüfung sau aufgeregt, versuchst dann wirklich auch gut zu schlafen, mach dir keinen Kopf, wirklich, es bringt nichts. Am Morgen war es dann auf und für mich war das so, oh, Moment, ist heute wirklich der Tag, wo ich meine erste Abiturprüfung schreibe? So, im Hinterkopf, dein ganzes Gymnasiumleben vor allem, hast du es immer im Hinterkopf, dass du irgendwann mal Abi schreiben wirst und auf einmal ist dieser Tag da und es fühlt sich irgendwie so überhaupt nicht real an. Ich dachte wirklich so, ich wache auf, aber ich träume immer noch. Aber trotzdem, du machst halt dann das, was du dir vorgenommen hast, Frühstück, schaust vielleicht nochmal deine Sachen an, packst alles ein, da geht es halt los. Und du kommst auf einmal hin, alle Mitschüler halt super aufregt, du merkst schon, in der ganzen Crowd ist halt echt die Aufregung deutlich zu spüren, da unbedingt nicht davon anstecken lassen. Ich habe mich einfach weggesetzt, habe meditiert, hat auch super funktioniert, auch wenn ich fast den Start verpasst hätte, weil ich so sehr in meiner Meditation war. Genau, dann hockst du dich halt da rein, du merkst halt auf einmal so, es sieht zwar alles gleich aus, aber die Energie ist ganz anders. Ja, du kennst vielleicht den Raum bei euch, vielleicht in der Turnhalle, Mehrzbeckraum bei uns, hat man in den Kunsträumen geschrieben, vielleicht auch im Klassenzimmer, je nachdem wie es halt bei euch ist. Alles aus, wie du es gewohnt bist, aber die Energie ist eine ganz andere, dein Körpergefühl ist ganz anders, die Leute reagieren ganz anders auf Dinge, weil einfach die Anspannung sehr hoch ist. Auch die Lehrer, die wollen natürlich nichts verkacken, da müsst ihr wirklich schaffen, in euch selbst die Ruhe zu finden. Und dann geht es los. Und auch wenn man sagt, ein Abitur ist immer nur eine Klausur, es fühlt sich schon anders an, kann man schon echt nicht anders sagen. Es ist nur eine Klausur, die halt ein bisschen länger ist und die mehr zählt, aber das Feeling ist schon ganz was anderes. Du hast da so einen Bogen, da steht, glaube ich, noch mal irgendwie so bei uns so Kultusministerium Bayern drauf und so weiter. Du merkst schon, okay, das ist jetzt offiziell. Und das ist eben nichts, was die Lehrer dir gegeben haben, sondern halt wirklich von irgendeiner staatlichen Behörde halten. Das ist halt schon mal ein ganz anderes Feeling. Und dann geht es halt los, du merkst halt, jetzt zählt es halt auch wirklich. Also nochmal schon mal ein anderer Druck dahinter. Überlegt euch wirklich auch, wie ihr damit gut umgehen könnt. Und machen wir auch im Traumabitur-Coaching, wer da Hilfe braucht, einfach auf den Link unter diesem Video klicken und dann bewerben. Weil das ist schon ungewohnt, muss man schon wirklich sagen. Du kannst auch mit den normalen Klausuren der Oberschufe nicht vergleichen. Weil wenn du halt schon vier Halbjahre in der Oberschufe verbracht hast, dann sind auch die richtigen Klausuren nicht mehr so die große Aufregung oftmals. Aber Abi ist schon nochmal was anderes. Und ja, aber dann schreibst du und am Anfang ist es ungewohnt, aber du kommst dann schon auch rein. Also ich bin dann, der erste Teil war bei mir, macht das schon echt von der Zeit her knapp. Ich habe es verstanden, aber es war zeitlich extrem knapp. Und dann bist du aber auch drin. Du hast halt trotzdem nochmal eine viel höhere Anspannung, aber du gehst trotzdem deinen Prozess durch. Und da fühlt man sich dann, glaube ich, vor allem wenn es halt gut läuft, deswegen ist auch Vorbereitung einfach super wichtig, fühlst dich auch relativ sicher. Nicht super sicher, aber du merkst schon, okay, es geht was voran. Das ist ein richtig wichtiges Gefühl. Und dann auch, ich meine, ich hatte ja 14 Punkte, ein halber Punkt hat mir so den 15 gefehlt in der Matheklausur. Das heißt, die lief schon gut, aber auch danach, ich konnte es nicht richtig einschätzen. Du bist halt so mit Adrenalin vollgepumpt und du, keine Ahnung, du gehst halt dann raus, denkst dir, okay, lief schon gut. Aber gleich denkst du, okay, perfekt, lief es auch garantiert nicht. Und dann bist du halt immer in so einem Nachdenken. Und das würde ich euch wirklich empfehlen, das nicht zu machen. Denkt nicht lang nach. Die Abiturprüfen, die ihr geschrieben habt, wenn ihr abgegeben habt, dann bekommt ihr die Note drauf, die ihr bekommt. Fokussiere ich lieber auf die nächste. Ja, auch da, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich bin nicht sofort dann heimgegangen und sofort weitergelernt, weil du bist halt, denke ich, hier ist einfach Matsch. Ja, ich bin erstmal mit meiner Familie essen gegangen. Es war sehr schön, einfach runterzukommen. Und dann auch, wenn Leute nachfragen, und wie war es, wie war es, lass dich davon nicht anstecken. Sag, du kannst dich genau einschätzen, lief ganz gut, so, du wirst es einfach mal gucken. Und das Wichtige ist, dass du dir nicht von außen noch mehr Stress machst, als du vielleicht ohnehin schon hast. Und dann halt wirklich auch fokussiert bleibst. Dass du wirklich weißt, okay, ey, ich bin gut vorbereitet, ich, ähm, ja, ich gehe halt meinen Weg, so. Und das ist dann auch ein komisches Gefühl danach, weil du hast irgendwie das Gefühl so, boah, wenn ich mein Abitur, das erste Abiturprüfen geschrieben habe, ist es sich voll krass oder irgendwie voll komisch oder voll schlimm oder was auch immer anfühlt. Und irgendwie, zumindest bei mir war es so da, ich habe einfach so gar nichts gefühlt. So, es war einfach so, pff, was rum, pff, heftig. Du wusstest, es kommen ja noch vier, so, zum Beispiel in Bayern. Das heißt, das ist auch ein spannendes Feeling. Aber dann muss man auch sagen, wenn so diese erste Abiturprüfung mal geschrieben ist, dann bist du so, bist du eigentlich drin, ja. Du weißt, was auf dich zukommt, klar, immer ein anderes Fach, aber du kennst so das Format, wie es sich anfühlt. Und dann schon bei der zweiten, dritten Abiturprüfung habe ich schon gemerkt, in mir selbst und auch meine Mitschüler, wir waren viel entspannter, ja. Es war nicht mehr so, oh shit, wo ist welcher Triffpunkt, sondern du wusstest Bescheid, man hat sich da reingesetzt. Es hat sehr schnell wieder auch so ein Feeling von einer einigermaßen normalen Klausur. Es war einer wesentlich größeren Klausur, aber einigermaßen normalen Klausur angenommen. Das heißt, die große Challenge ist wirklich die erste Abiturprüfung, weil da weiß keiner, was auf einen zukommt, auch wenn ich euch erzähle, es wird sich trotzdem, ihr wisst trotzdem nicht genau, was auf euch zukommt. Das heißt, die erste Abiturprüfung ist ein krasser Punkt, aber danach geht es wirklich, ja. Auch wenn du dann in die mündlichen Abiturprüfung, auch in die Nachbieturprüfung reingehst, du bist dann trotzdem damit vertraut, ja. Das ist nochmal was anderes. Klar, wenn dann die erste mündliche Abiturprüfung ist, das ist nochmal so ein Spike, wo du so nicht genau weißt, oh wie ist das, nochmal andere Druckbelastung. Aber auch das geht dann. Ja, da ist man schon auch ordentlich nervös, kann ich auch kurz erzählen. So bei mir war es halt auch so, dass ich nicht genau, ich fand es schwer, mich auf die Kolloquien vorzubereiten. Aber auch da hatte ich ja in Physik 15 Punkte, dann in meiner ersten Abiturprüfung mündlich. Aber auch da, das war halt super tricky, weil du sitzt halt, du musst ja deine, zum Beispiel Bayern, musst ja deine Präsentation da auf die Schnelle fertig machen, in 30 Minuten musst du deine Präsentation vorbereiten. Und musst es dann den Lehrern vorstellen. Und ich war so aufgeregt. Junge, Junge, Junge. Und dann war es halt bei mir auch noch so, dass ich halt so einen richtig miesen Lehrer, also der war sehr gut inhaltlich. Und wir haben es auch super verstanden, aber quasi in der Abiturprüfung war er ein bisschen miet. Weil er hat sich halt dann wirklich, ich fange an zu erzählen, er hockt sich ernsthaft so hin. Und schaut mich unterbrochen so kritisch an. Und du erzählst da, und ich war mir mit dem Thema eh nicht tausendprozentig sicher. Und du hast halt das Gefühl, du machst jetzt die ganze Zeit richtigen Stuss. Ja, du richtigen Stuss, denkst du dir. Und ich habe dann zum Glück, weil ich halt meine mentale Stärke in mir selbst entwickelt habe, was auch für euch selbst super wichtig sein wird. Hab dann nicht angefangen so, oh, das ist bestimmt falsch. Oder ich meinte natürlich da, da, da. Sondern ich habe dann für mich mental innerlich entschieden, wenn ich jetzt Stuss rede, dann rede ich ihn wirklich mit voller Überzeugung. Ich habe noch überzeugender erzählt. Und zwar scheinbar auch als Richter, ich glaube, es war einfach nur ein Test von meinem Lehrer, was natürlich nicht so cool war. Aber ich habe den ganzen Stand gehalten und dann eben auch meine 15 Punkte bekommen. Und da halt auch wirklich, auch beim Kolloquium, bleibt euch treu, glaubt an euch. Was ich am Ende von jedem Video sage, glaubt an euch, glaubt an euch, glaubt an euch. Egal wie schwer es ist, egal wie unsicher euch bei den Aufgaben schon gesagt. Glaubt an euch. Wenn ihr euch gut vorbereitet habt, dann schafft ihr es. Das haben so viele andere geschafft. Das war auch eine Sache, die mir immer bewusst war. Ich habe mir oft auch so gedacht, ey, kommen so viele Idioten, wenn man es so formulieren darf. Will es niemand angreifen. Aber trotzdem, wenn die Leute das Abi geschafft haben und auch gut geschafft haben, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und man soll es schon ernst nehmen, aber es geht dann schon auch wirklich. Und wirklich für die mündliche Abi-Prüfung auch, zieht euch ein Stück an. Es ist einfach wichtig, wie man wirkt. Aber auch dann hast du irgendwann deine vorletzte Abi-Prüfung fertig und merkst auf einmal so, es ist jetzt einfach nur noch eine Abi-Prüfung. So noch eine Abi-Prüfung, wenn ich nicht in die Nachprüfung muss, was ich nicht musste, weil ich ja schon mal eine 1.0 hatte, dann bin ich einfach durch. Dann bin ich einfach durch. Und das ist schon auch ein spannendes Feeling, weil du bereitst dich nochmal für die letzte Abi-Prüfung vor, weißt eigentlich schon, wie es läuft. Natürlich nochmal aufkriegt, aber trotzdem etwas routinierter als davor. Machst die dann und dann denkst du wirklich so, ja, dann gehst du da raus. Bei mir ist es auch super in Wirtschaft, hatte dann auch 14 Punkte. Meine Lehrerin hat leider eine Frage gestellt, die ich ganz klar als Themengebiet gestrichen hatte. Aber so sind Lehrer halt manchmal, kann man nichts machen. Das wusste ich dann auch leider nicht zu 100 Prozent und sie hat halt sehr, sehr hohe Ansprüche gehabt. Und deswegen habe ich halt dann nur die 14 Punkte bekommen. Aber du gehst halt dann da raus und merkst dann so, Alter, ich bin jetzt einfach wirklich frei. Ich bin komplett frei, ich weiß es noch so krass von mir. Ich stand dann, ich bin so im Schulgebäude rausgegangen mit meiner damaligen besten Freundin. Und wir standen so da und ich selbst habe mir vor allem so gedacht, so, ich könnte jetzt einfach überall hinfahren, weil ich hatte halt schon einen Führerschein, war schon 18. Und dachte mir so, ich könnte jetzt einfach überall hinfahren und ich muss ab jetzt gar nichts mehr. Ich gehe noch einmal zu dieser Abi-Verabschiedung. Und dann mache ich aber gar nichts mehr. Ja, dann kann ich machen, was ich will mit meinem Leben. Machen, was ich will. Ich meine, ich wusste, dass ich den YouTube-Kanal hier aufbauen will, coachen will und so weiter. Ich wusste das schon. Aber ihr werdet das merken. Danach ist so ein Gefühl von Freiheit und auch von Entlastung. Also wirklich dieses Gefühl danach ist so, auch nicht so, yeah, ist einfach so, es fällt so viel von dir ab. Du wirst es gar nicht richtig realisieren. Und dieses Gefühl ist wirklich auch wert. Das heißt, zieht es durch, werdet euch danken. Ihr werdet diesen Abi-Schnitt euer ganzes Leben mittragen. Es wird darüber entscheiden, ob du Medizin studieren kannst, ob du Psychologie studieren kannst, was auch immer. Deswegen, es lohnt es dir wirklich, da richtig die Arschbacken zusammenzukneifen, durchzuziehen. Seid einfach gespannt, wie es wird. Ja, seid nicht so ängstlich, sondern versucht wirklich auch mit einem Gefühl von, ich weiß nicht, was kommt. Ja, ich habe mich einfach gut vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt, was draus wird. Mit der Einstellung reinzugehen und dann wird am Ende das rauskommen, was draus kommt. Ja, anders können wir es sowieso nicht machen. Deswegen in diesem Sinne, glaubt einfach an euch. Wenn ihr meine ganze Erfahrung in Bezug aufs Abitur euch wirklich quasi auch mit dazu holen wollt, dann bewerbt euch gerne für das Traumabitur-Coaching. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und dann seid ihr da auch bestens mit am Start. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Und dann solltet ihr auch für die Abiturprüfungen tun. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dein Leo.